Phytoftorienfestansch ist eine Art der Eipilze. Dieses Pathogen befällt eine Reihe von Nachtschattengewächsen und vereinzelte Vertreter aus den Familien der Korbblütler, Windengewächse und Wunderblumengewächse. Wirtschaftlich bedeutende Wirtssarten von Phytoftorienfestansch sind Kartoffeln, Tomaten und Petonien. Ein Befall von Auberginen und Paprika ist sehr selten. Symptome und Biologie Die durch das Pathogen verursachte Krankheit heißt bei der Tomate Kraut- und Braunfäule, bei der Kartoffel Kraut- und Knollenfäule, der Befall von Kartoffeln insbesondere in feuchten Sommern, zum Teil auch im Frühling, wenn der Erreger optimale Bedingungen für die Vermehrung vorfindet, führt zu Ertragsausfällen, die regelmäßig 20% des durchschnittlichen Ertrags übersteigen können. Bei Freilandtomaten kann die von Phytoftorienfestansch hervorgerufene Krankheit bis zum Totalausfall der Ernte führen. Erste Symptome der Krankheit sind an Blättern und Stängeln sichtbar. Von den Blatträndern her treten dunkelbraune Flecken auf. Sie vergrößern sich rasch bei feuchtem Wetter oder starker Taubildung und bilden auf der Unterseite der Blätter einen weißen Pilzrasen, der an Schimmel erinnert. An den Enden der Pilzfäden entstehen Sporenbehälter. Die Sporen werden bei Nässe freigesetzt und dringen mithilfe eines Keimschlauchs aktiv in das pflanzliche Gewebe ein. Bei Temperaturen über 10 Grad Celsius keimen die Sporangien auch direkt aus. Der Pilz gelangt überwunden. Natürliche Interzellularöffnungen und Keimanlagen schon während der Vegetationszeit oder bei der Ernte in die Knollen. Befallene Knollen weisen graublau verfärbte Flecken und braunes Knollenfleisch ohne scharfe Abgrenzung zum gesunden Gewebe auf. Sie sind ungenießbar. Der Pilz überwintert in den Knollen. Schon eine einzige infizierte Knolle kann ausreichen, um eine Epidemie in einem Kartoffelbestand auszulösen. Das Genom von Phytoftore in Festanisch wurde 2009 vollständig sequenziert. Entwicklungszyklus Die Diploide O-Spore keimt zunächst mit einem Sporangium aus, welches die begeisterten Planosporen bildet. Diese Sporen dringen über Spalteröffnungen in die Wirtspflanze ein und bilden dort ein Mycel, aus dem wieder Sporangienträger entstehen. Das geschieht allerdings nur bei passenden, feuchten Wetterbedingungen. Die Sporangienträger, die aus den Stomater ragen, setzen erneut Sporangien frei. Bei der geschlechtlichen Vermehrung dieser heterothelischen Art kommt es zur Orgame-Tangiogamie. Das Orgonium durchwächst das Anteridium des anderen Kreuzungstypes. Danach kommt es in den Zellen, welche noch nicht verschmolzen sind, zum Myos. Drei der so entstandenen vier Zellen degenerieren und nun verschmelzen die Kompartimente der Game-Tangien und deren Kerne. Auf diese Weise entsteht die O-Spore, Bekämpfung, Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln Die Krautfäule der Kartoffel kann mit verschiedenen Fungiziden bekämpft werden. Dazu stehen Mittel mit systemischer, teilsystemischer, translaminarer und kontaktaktiver Wirkungsweise zur Verfügung. Sie müssen bis zur Ernte mehrfach ausgebracht werden. Meist werden im Hauptwachstum des Krauts zuerst systemische, dann später in der Kultur teilsystemische und zum Schluss kontaktaktive Mittel ausgebracht. Für die Vorhersage der optimalen Bekämpfungstermine gibt es Prognosemodelle. Bei der Behandlung muss beachtet werden, dass bei Phytoftore Resistenzen gegenüber Wirkstoffen der Wirkstoffgruppen Phnylamide und Kabamad sowie dem Wirkstoff Dimetromorph auftreten. Generell ist früher oder später mit Resistenzen zu rechnen, wenn stets der gleiche Wirkstoff eingesetzt wird. Zur Vorbeugung gegen eine Resistenzbildung empfiehlt sich ein Wirkstoffwechsel zwischen den Behandlungen und Wirkstoffgruppen oder die gleichzeitige Ausbringung unterschiedlich wirkender Wirkstoffe. Um den Übertritt des Erregers vom befallenen Kartoffelkraut in die Knollen zu verhindern, tötet man das Kraut etwa drei Wochen vor der Ernte mit Ätherbiziden oder durch Abschlägeln ab. Neben den chemischen Bekämpfungsstrategien kann der Ertragsverlust auch durch die Wahl resistenter Sorten und das Vorkeimen der Pflanzkartoffeln reduziert werden. Bei der Sortenwahl ist zu beachten, dass sich bei Kartoffeln die Blattresistenz von der Knollenresistenz unterscheidet. Zu den resistenten Sorten gehört die südamerikanische Art Solanum bulbocastanum, die vom BASF-Konzern als Basis für die gentechnisch veränderte Sorte Fortuna genutzt wurde. Kraut- und Braunfäule bei Tomaten effektiv lässt sich für Toftore durch Überdachen der Pflanzen gegen Regen und das Vermeiden von nassen Blättern. Beim Gießen verhindern, Grund hierfür ist, dass der Erreger zur Keimung flüssiges Wasser braucht. Wie bei Kartoffeln gibt es auch bei Tomatensorten mit geringerer Anfälligkeit, diese sind jedoch häufig kleinfrüchtiger. Zusätzlich sollte eine räumliche Nähe von Tomaten zu Kartoffeln vermieden werden. Der Erreger wächst zunächst auf Kartoffeln, bildet Spuren und wird dann durch den Wind auf Tomaten übertragen. Geschichte Der Erreger wurde in einer Variante namens Herb 1 um das Jahr 1840 aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt und verursachte Mitte der 1840er Jahre. Große Ernteausfälle Am schwersten war Irland betroffen, wo es zur großen Hungersnot kam. Aber auch in weiteren Teilen Europas gab es Missernten, die vor allem den ärmeren Schichten zusetzten, denen die Kartoffel zum Grundnahrungsmittel geworden war. In den mehr als 50 Jahren seines Wirkens entwickelte sich der Erreger nach einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie, jedoch genetisch nicht nennenswert weiter und verschwand nach der Einführung resistenter Kartoffelsorten schließlich. Stattdessen breitete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neuer Erregerstamm namens US1 aus, der mit Herb 1 zwar verwandt ist, deren gemeinsame Entwicklungslinie sich jedoch kurz vor dem Ausbruch von Herb 1 in Europa trinnte. Anfang der 1980er Jahre wurde aus dem Genzentrum von Fütoftore in Festanz in Mexiko eine neuartige Population nach Europa eingeschleppt. Diese Population ist zur sexuellen Vermehrung mit den bereits in Europa vorhandenen Stämmen der P. in Festanz in der Lage. Daher kommt es zu einer schnelleren Veränderung der Erreger und einer Erschwerung der Entwicklung von Resistenzen bei den Pflanzen.